äh, Holzverlags. Ja, die Diamantik ist vielleicht auch irgendwann, weil ich jetzt ja keinen Redstone mitgenommen habe. Ok, das ist diese Siedlung. Das heißt, hier ist irgendwo ein Tunnel, in dem ich ein Bett platziert habe. Und das ist etwas nördlich gewesen. Sicher? Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Man, man, man.